He- Scheiße Nein Wow Scheiße, scheiße, scheiße Ich hab keinen Hamburger mehr Komm, lad dich auf Das ist gut Da kannst du mich hier aufladen So, jetzt muss ich nur noch irgendwie Ah, okay Scheiße Nur wieder da hochkommen Scheiße, und irgendwie abdrücken können Okay Ähm, das Ja Freunde, Hallihallo Da bin ich wieder Der NW-18, der flippt aus Ja Der kleine Drecksack Und nü Ach, Faust, der Achte Äh, Faust Bist du derjenige, der diese ganze Skelett kontrolliert Ja, ist er Ja, ist er Sei vorsichtig, Jo Ich kann tiefen Zorn in seinem Blick erkennen Noch Der Nächste Haha Ihr habt hierher gefunden Und ihr steht noch immer Äh, und ihr steht noch nicht einmal erschöpft aus Ihr seht noch Magister Magister, du schon wieder Zurück zu holen Dass meine Seele an Dämonen verkauft wurde Was kann ich mir schon Was, äh, ich wollte sagen Was kann mir schon passieren Wenn ich vom Pfad des Lichtes abkomme Jo Du wärst sehr in Nachteil Wenn du ihn auf einem Friedhof bekämpfen würdest Erinnerst du dich noch an Äh, ans letzte Mal Oh Äh Es gibt keinen Ausweg Wir sind von Skeletten umzingelt Ich werde wieder mit Eliza zusammen sein Koste es, was es wolle Du musst kämpfen, Jo Du hast keine Wahl Mal sehen, wie du mit meiner lieben Eliza fertig wirst Wir müssen diesen Kampf auf Äh, ausfechten Ob wir wollen oder nicht Puh Wahre Hekt Äh, was? Wahre Wiedergeburt Bald, Eliza Bald werden wir uns wiedersehen Oh Oh nein Das darf nicht wahr sein Ähm Gut Dann Was haben wir hier Das, das, das Dann versuchen wir's mal damit Erstmal gucken, wie die sich hier bewegt Ah, das war's schon Hä? Das ist alles? Ah, okay Scheiße, das war gerade nix Okay Ah, nein Kacke Scheiße Kacke Scheiße, Kacke Scheiße, Kacke Komm, lad dich auf Lad dich auf Ja, so ist gut So, jetzt muss sie nur noch hier hinkommen Da ist sie schon Scheiße Ah, nein Scheiße Käse Mist Kacke Aber ich schaff die noch Halo Ha Komm, spring Sehr gut Jetzt kann ich nämlich hierhin Ha, ha, ha Ah Scheiße Ah, scheiße Boah, was bin ich hier am fluchen Ah, nein Mann, das sieht so einfach aus Ah, Mist Schon wieder Komm, spring Ah, Kacke Oh, ich bin gleich wieder Matsch Ich bin gleich wieder Matsch Ich bin gleich wieder Matsch Ähm Was hab ich denn Lass mich mal kurz schauen Äh, Holzschwert Das, das, das Okay Nein Kacke Mann Nein, auch schon wieder nicht Hahaha Scheiße 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 Nein Ah, Kacke Ich komm da nicht drüber weg Scheiße Und wenn ich mich druck Oh, nicht Scheiße, auch so nicht Nein Scheiße Ah, doch Oh, Gott sei Dank So, jetzt schnell wieder speichern Nein Nein, schon wieder nicht Boah, ist das geil Nein Boah, das ist aber jetzt schwierig Oh, Kacke Wie soll ich denn da jetzt rauskommen Wie soll ich denn da jetzt rauskommen So rum Puh Okay Oh Nein Nein, Kacke Ja, zu spät Scheiße Nein Ich Idiot Ich hab im falschen Moment gespeichert Scheiße Kacke Nein Ich muss den ganzen Kack nochmal machen Ach, Freunde Das strapaziert meine Nerven aufs Äußersche Ach, nein Also das Spiel, das hat's echt in sich Das ist das erste Spiel wirklich, Freunde Was Mich sehr viel abverlangt Und vor allen Dingen Ich bin hier in diesem Spiel So oft abgekackt Wie noch in keinem anderen Spiel Freunde Ich mach hier Schluss Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier aufgenommen habe Ist mir auch egal Ich werd den Teil einfach so beenden, wie er jetzt hier ist Ja Dann die Teile erst hochladen Und dann werde ich mal wieder soweit spielen Bis ich zur Elisa komme Ja, und dann melde ich mich wieder am nächsten Teil Also Freut euch Bis dahin NRW18 Adieu bis zum nächsten Mal Reut euch Reut euch Dann Jetzt